Willkommen zu Teil 7 von Halo 3 auf Legendär mit Robin, mit Bane, mit Lissi und einem Buhl. Ich glaube, du hast eine Spartan-Laser. Das ist doch ein schönes Lied. Der arme Grant. Nein, der Warthog. Da vorne ist ein Grant hinter dem Baum. Ich glaube, der lässt sich gerade ein. Oh ja. Juhu. Er hat einen Schuss vom Startan-Laser erlebt. Bullshit. 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 Das Geschütz hätte er mal entledigt. Da hätte Geschütz. Auch. Unser Flak-Panzer. Die Panzers Flak. Mann, du spielst das so schön aus. Warum kein Halo-Uns nicht mehr im grünen Spülpen? Das ist glaube ich nur der Anfang im grünen. Dann hast du Schnee. Nur der Anfang ist so grün und dann nach dem Korridor. Korridor, Korridor. Ja, dann hast du noch die Schnee-Level dazwischen. Aber ja. Was? Ich schau einmal auf die Seite und sieg nur wie ein Grunt vorbeiflirbt. Juhu. Ohhhh. Der voll. Der voll. Ein Grunt ist da noch. Ne, aber was? Das ist kack Runt. Nein. Ach man. wachst du nicht und dann schirst du mir doch tot das muss liebe sein dann wenn jetzt auskommen naja dass die aber große waffe haben wir wissen in den sparten einander probiert er hat mir gefallen er ist ja gibt mir die ddr ja wir brauchen andere waffe da hat die plasmus wie sehr der führer kann morgen Geh du den Chopper Wenn du mir ein bisschen exploitest, ist es glaube ich möglich den Spartanlaser an NPCs zu geben Die Frage ist, was genau hat uns gerade zu Borg beschossen? Ähm... Hab da nur ein Ding? Aber wir... Das klappt natürlich nicht Gibt es nochmal kurz sterben, dass wir vielleicht... No? Kann er nicht? Bleib dort Schaffst du das? Ähm... Oder nicht? Ähm... So... Jawoll... So, jetzt bleiben wir stehen So... Das ist dann... Ja... Nicht unbedingt stehen, aber du warst schon... Was hat denn die Börse? Was hat denn die Börse? So bleibt stehen, aber nicht stehen, was? Ja, das ist doch ganz einfach So... Dann die Zielsuche und die Scheißdinger Na, ignorier die einfach und versuch die vor uns zu... Kaputt zu machen, die Ghosts, weil da kommen die mit zwei Ghosts runter Ja... Ja... Und die schießen uns ab... Ja... Die Ghosts? Okay, dann... kinn... Lassen mich immer trifft! Das will... Wieso schießen die immer mich aus dem Truck? Wer groß bei dir drüber steht, bitte mich abschissen. Steppert, wir brauchen doch eben eine gute Idee. Vielleicht brauchen wir zwei Fahrzeuge, dass wenigstens einer überlebt. Morgen, Fraps. Ja, oder du, was nicht, schlagst jetzt einen Haken und... Ja, ja, das geht noch, das geht noch. Und jetzt charge einfach mal. Alles okay, oder? Nein. Verweiter, verweiter, verweiter. Also, ja, genau, so dass wir wenigstens noch mal safe für diese depperten Benchies sind. So, wart, wart, bleib mal da, putzen wir mal da, dass der Benz uns ausschließt. Warum sie immer putzen? Der Benz spawnt sowieso. So, dann spawne ich jetzt bei euch. Bist du schon gespawnt? Ja, weil ich erst gestorben bin. Nee, wartet auf mich. Wait for me. Ob ich ein Hovercrafted ist, der schon zu will. Sag mal, wie schafft der es seitwärts zu fahren? Gegenläufiges Getriebe. Ja, ja. Der Benz steckt schon aus. Ja, der Benz hat sich einen eigenen Wagen. Warte mal, 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 zuck, 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 zuck. Das war mein Kaus. Das war mein Kaus. Bei uns. Bei uns. Scheiße. Short. Die Story noch gut funktioniert! Ben! Überlegt Ben! I'm trying! Versteck dich! Help me, I'm dying! I'm trying! Ah, wir haben jetzt auch den Lisse getroffen! Ja, weil dir das Böck im Kopf hat! Ja, ja! Das ist halt so gut! Komm mal mit so einem Dream Team weiter Robin! Papa! Ah! Aber wenn man die Schütze... äh... Schützen aus dem Panzer... Das Panzer steht zu still da! Ich hab nur den Bortschützen ausgeführt! Ich hab nur den Bortschützen ausgeführt! Das brauchen wir jetzt einfach nehmen! Eheheheh! Okay, Bane hat und Banzer. Heheheheh! I've got a tank! Was von dir hat er gesagt? DANG! Der Stütz ist leer. Na? Jetzt. WUH! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Yo Bane, magst du das vielleicht? Ah, warte mal, ich bin der Schütze. Du kommst nicht weit, da kannst du ja nicht fahren. Und? Halt's auf mich hin zu schießen. Immer Schutzschild. Nutz die Schild sofort aktivieren! Schütze Schild aktivieren! Schütze Schild aktivieren! Huf! Du kannst doch nicht denken... Das was? Das Schlimmste Level kommt erst noch. Ich kann mir halt echt immer ans Ende von Halo 3 erinnern. Und leider. Was hast du nicht gesagt, dass das nicht erspult? Bestimmt habe ich auch mal mit einem Stani gespult, aber... Das mit einem Stani, das ist halt schon wirklich lang her. Hattest du nicht gesagt, dass beide drei Katze auf deiner CD... Ja, meiner! Das ist der Punkt. Das was ich gespült habe und was ich auch gespült habe, war ja meine Version davon. Aber ich weiß, ich habe es einmal mit einem Stani durchgespült, aber das ist halt... Einziges Mal gewesen. Bei meiner eigenen Version bin ich halt nie in das Level gekommen, wo wir jetzt sind. Wir sind nur Gegner, mehrere Leibschweißen, 10 Granaten... Es geht ob... So, und ich brauche Munition. Irgendwas... Ja, nimm mal. So nice, wie es ist, dass es zwischen drei verschiedene Granatentypen gibt. Ich habe sogar vier. Na, du hast die von... Obwohl, naja, die von den Brutes sind natürlich fast die gleichen wie die... Klasma-Granaten. Hm. So. Warte, wo seid ihr? Ich habe gerade verlaufen... Jetzt bist du irgendwo. Der Granat wäre rein hier. Das mit dem respawnen, da sind es irgendwie lockerer als bei Halo 1. Voll lockerer. Viel. Vielleicht sollte man einfach durch die Tür gehen. Bei Halo 1, wenn in 50 Meter dann irgendein Gegenator ist, dann respawnst du es. Und dann kommt Halo 2. Was, einer von Twilight stirbt? Restart. Restart. Na, kommt hier noch drei. Ah ja, ist das gewurscht. Ah ja, Lift fahren. Ach, das ist ein Lift. Ja, ja. Ah, jetzt müssen wir ihn auch zu Gesprächen führen. Ja, und Robin, wie geht es da in Pegonien? Warte. Gut. Schau, weil jetzt kommen da die Gegner nämlich. Oh jeez. 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 Oh hier ist eine Glasscheibe. Ist so gut geputzt. Das sieht man gar nicht. Es steckt das alles ein. Na, der hat jetzt einfach mal fünf Quergonaten von mir gressen. Das hat er nicht eingesteckt. Oh. NEIN! Ah, da bist du. Aktivieren, 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 aktivieren. Fuck. Ey. Wir haben noch mal aus seine Sock geblasen. Johnson natürlich verkackt. Was? A-Mol auf ein Menschenvertrauen. A-Mol. Aber wenn es der Typ ist, der Zigarren frühstückt. Aber darum geht es. Ist ja lustig, weil die legendäre Katzen ganz am Ende bei Halo 1. Ja. Da stirbt er ja eigentlich auf dem Ring. Die ist er es noch nicht kennen. Ne, die legendäre ist er... Ach so, ja stimmt, wo sie sich umwarmen. Weil er kann ja nicht da sterben und da wieder leben. Das geht ja nicht. Ne. Ja, sterben haben wir nie gesehen. Es ist nur Weißgut. Er ist auch am Ring gesessen und der Ring ist gerade explodiert. Ach komm, das bringt doch ein Neger... äh... Scheiße. Scheiße. Seh mich das wo? Das ist schlecht. Hat keiner gehört. Das bringt doch Johnson nicht um. Jetzt, weil sie was zu sagen wollen. Ja. Jawohl. Kann der Fehler mit dem Kratzer incit... Der selbe ist Kommentator bei eSports. Ja, kann der Kratzer in dem... was? Kann der Fehler mit dem Kratzer auch in neuen Spielen passieren? Ne, natürlich. Wenn du in deinem Disc System hast... Ja. Also Blu-Rays egal, also die sind viel besser. Ja, ja, genau. Die sind da immun gegen Kratzer. Genau. Voll. Das geht nicht all die Nähmen. Wieso ist der Panzer nicht da geblieben? Ja, 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 ja... Ja, 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 schon das Alien-Team. Wuhh! Wieso, wie ist der Panzer nicht da geblieben? Ja, ja. Er wurde mein Panzer weggezogen. Wurde weggezogen. Aber die Leiten ging noch? Nehmen noch. Bei dem Mongos geht eigentlich recht schnell, recht flott. Ich bleibe euch aber auf den Fersen. Wer ist schneller dann? Hey! Ben schieß ihn ab! Nein! Nein! Stopp! Du Arsch! Oh egal! Wie fliegt man denn noch schnell? Achso, da geht mal rein und raus. Mit Steuerung gehts runter. Ob soll er, das sind krass. Mit Leertast gehts rauf. Da los Marine! Leicht ein! Ah! Mit A gehts rauf. Nee! Er spielt am Kontroller. Ah! Wie gesagt! Bitte nicht in mich rein pflicht! Aber es ist der Küste. Aber es ist der Küste. Das ist der Küste. Ach, wieder voll das... Ich glaube, er macht es kalt. Ja, ja. Ich werde es in Klapp da sein. Bin ich beim mittleren Turm, wo niemand ist. Weiße! Ja, genau da ist er! Ich sehe ihn! Warte kurz! Ja, ich bin doost! Du müsstest auch schon... Du müsstest wurscht! Hm! Ich habe das Gefühl, wir werden da nicht schon gescheit wegkommen. Warte mal, Robin! Doch, weil... Ich kann jetzt zwei Passivieren mit drin sitzen. Ach ja, dann. Warte mal, bis der Robin... Weithornet... Es schaut irgendwie lustig aus! Du bist dieses... Hör auf, dein Ei zu reiben! So schaut es nämlich aus! Kannst du jetzt nicht runterspringen? Landen sie mal dann können die Flakpanzer und da einmal drüber hovern könntest du in der Band aufspringen Irgendwie über Land ja hurra hallo Freunde fang die Granate die Freunde waren ja wirklich Freunde und keine Meinde ja die waren grün egal ich hab trotzdem einen von denen mit der Granate wegeheatet die sind die Freunde, kein Foto fang das mal wenn ich da mit den Aliens da spüle die sind voll nett ja ey, ne, 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 ne iempo jo, leck mich doch am Arsch, herr' den Batterprogramm Ich will jetzt bevorzummit zuttern. Ach, jetzt vibrieren jetzt. Vibration. So, ich hab jetzt einen verbündeten Eliten-Granatwerfer gegeben. Ui. Wir haben noch Endlos-Munition mit der Scheiße, oder? Oh Gott sei Dank. Sie haben ja mit Kirk rennet. Aber wenn das doch gegenüber von der Blut steht. Warte mal, können wir wieder... Naja, wir haben einen Fuel Road. Oh, die Insekten sind wieder da! Oh Gott. Yes, äh, Insekten. Das sind die tödlichsten. Au. Und die Jäger auch noch. Oh Gott. What? Aber ja, haben wir gefühlt NPC mit Granatwerfer. Oh Gott. Da online gibt's Jäger auch noch. Ja! Ahhhh Yes, oh Shotgun Oh schon wieder Insekten jetzt zwei unterschiedliche hat ein shotgun gibt meine mit kommit das war mich ein roter elite weißt du das sind die kunde das war voll der rote edit den ich im granatwerk angedreht habe ich bin zu stark hier höflich diesmal jetzt ich habe mich nicht mehr und ich habe andere sind unsichtbar so ich bin es verbrannt Das ist jetzt wahrscheinlich das Ende des Levels. wir müssen jetzt noch in die Mitte scharren Ah, ne, die Flut kommen Was ist das? Ach so, nein Ja, voll 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 ein Flut Einmal, hey, Charity, voll Flut genau Dann bin ich jetzt mit meinen zwei Schottkasten natürlich super. Ja. Ja, unsere Freunde. Freunde. Miltern? Miltern. Komm, Miltern da. Die ist halt immer sofort loslürft, wenn die Blätter aushande. Also nicht nur ein bisschen, sondern so richtig nachhaltig. Mein Leben geht schon runter. So. Ohja. Der Gebiet. Ja. Ja, da geht die Spunkle ja die ganze Zeit, dass man irgendwie... Ja, Nona, ne. Was will er machen? Die Klappen, was zu aktivieren? Ja, hey, los. Weil das so ist, oder? Wir nicht. Da gilt die immer. Da gilt die ist dafür programmiert. Gilties Aufgabe ist, die Platz einzig... Ja, warum bringen wir Internet um? Ja, was. Weil das ein bisschen für Wissler ist. Und so. Und so und so. Oh, na, du. nicht weißt du was wurde ich steig von dir mit ein aber bekämpften hatten wir dann den marine für seinen raider will anbord mann was zum überlegen ja wenn der sportkorb wo steht bleibt immerhin konnte nichts anderes tun es ist eigentlich recht gut die mpc ja jetzt müssen wir da zwei scarabs hin machen ich bin runtergefallen das war der robin und da er runtergefallen ist war das auch der hat ja ja aber mal gut interessant dass ich das ist doch ein machine gun die ich habe ja die schirsten wie sie glüht und dann weiter ruhe nicht runter fallen nicht runter fallen das verdient weil ich glaube ich beide shotguns verloren und den panzer ich bin dafür wie ich bin jetzt alle runter damit verneuert worden dann das ist ein mongos doch ignorieren 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 das will doch kannst ja jordg über was er und rucksbord und green horrid skerr und sie darf nicht von ja schau dann los die auf das sind wir jetzt auch jetzt Ah, er ist gekrippelt. Ja, ich mache ihn fertig. Wo müssen wir hin? Der Schutz. Rauf und hinten in die Pop-Scheine. Jawohl. Ja, ich habe eine Granatte eingeschmissen. Ja, ich kann nicht, ich muss die mir noch erst auferkämpfen. Ja, genau. Das ist ein Problem. Schreck. Und da ist hin, er ist gedoomt. Ich bin unterwegs zum zweiten, wenn ihr ihn da noch schon einmal vorbereitet. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. So, ich bin drin. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Calamity, wenn wir nur noch mehr Zeit haben! Oh, schade! Vito schließt sich nicht mehr! Hä? Das Timing war glorious! Ja. Ich schließe dich nicht mehr! Ich schließe dich vom Robin! Jetzt kommt er die Kulikatzin! Und alle, die glauben, werden sie schlafen! Chief, wie nahe sind Sie? Nicht nahe genug. Ich schließe dich nicht mehr! Das ist das beste, was du hast? Oh, komm mal! Impress mich! Ich schließe dich! Du imbecile! Er will dich zu töten! Ich mag ihn nicht mehr! 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 Ich verzeh, ich brauche dich! Ich habe das Geheimnis. Das Geheimnis wird nicht mehr! Guck! Ich mag ihn nicht mehr! Ich mag ihn nicht mehr! stell dir vor sie hätte hat ihr fleisch geglüht ihr forefathers wisely set aside their compassion steeled themselves for what needed to be done i see now why they left you behind you were weak and gods must be strong jetzt sieben und dann hat das gepasst ja ja eigentlich wollte es nur, dass es so, wir haben jetzt jetzt kommt das Team ab das ist so geil es ist so nice, dass du einmal mit die Flut kämpfst wenn ich dir gefühlt jeder zweite Grunt und Fuel Road Launcher hätte, war das echt hilfreich WTF hat mich jetzt gekillt ich muss mal Kiefer machen du bist Kient Kamparasit ist das Gravemane das ist das Dr. Titel in Fuck You Up Kamparasit ist das Gravemane Wartag voll da ist nur eine Heat in Gravemane HEAT Kamparasit ist das Kamparasit ist das ne g ist das die na aber die instant gehämmert gemerkt würde überhaupt nicht mehr ach dann ist ja wir waren langsam die stadt hat das schon alle gekillt jetzt hat er die blöcke wenn es immer dazu gehen kämpfen wieder gegen die flot Hm? Do you believe in the promise of the sacred thing? Lies for the weak, beacons for the deluded. I will have my revenge on a prophet, aren't they? My feet tread the path. I shall become a god. You will be fooled. Nothing more. No! You can see the 4th installation. Yes, it's broken. It's red. Installation 04. You must be silenced. No! 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 Weil das GraveMind und die Blood werden von allen als böse angesehen. Also, ich finde das hat schon... Vor allem, wenn wir mal nach unten schauen, gell? Das GraveMind ist ja von unten aus ergelucht. Erstens einmal, wo ist das überhaupt generell von unten her gelucht? Und zum zweiten... Ist das denn mitkommen? Warte mal, wo war denn das GraveMind? Das war nämlich nicht auf dem Raum. War das auf der Charity? Ja, aber auch, das ist auch auf der Charity. War das generell auf der Charity? Ja, bei Halo 2 waren ja auch auf der Charity von denen. Ja, okay, okay, okay. Ja, da waren wir jetzt nicht mehr sicher. Irgendwie gedacht, dass es auf dem Ring... Na, aber es war ja kein Ring. Uuuuh, Shotgun! Hammer! I've got a Shotgun, I've got a Shotgun! Miltang! 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 Ich war bei diesem noch Freund! Ich hab die Roboter... Ich hab die Roboter... Ich hab das interessant bei hier, dass du einfach nicht immer einen Gegner hast. Er verschiebt sich immer bei der Story ein bisschen. Ja, aber es wird wirklich schön erklärt, warum jetzt grad wer mit wem zusammen ist. Und das ist eigentlich... Das ist genial gemacht, ja. So, Anschlag haben wir noch mit dem Hammer. Jaitz! So, das war's. Hinten war die Zeit mit dem Hammer. Jaitz! So, das war's. Heig, ne 일단 oder. Comeänner, wir haben einen Teil der carbone, glaubw cobweig decimalceden. Und jetzt fängt sie an zu, 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 c-tabelen. Nun fängt sie an zu, 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 tablen... Zu, zu, tilten. Zu table... Zu tablen! Ich fange an zu tablen! Ist doch wahr, Kartana tablen! B của 귀ibli. aber das ist schon ein kardana fangen wir auch immer zu spüren im table gelegentlich ja gut, das kardana table dann tatsächlich miltan ich sage das energieschwert ist gegen platz richtig für den arsch ich bin ganz lässig mit einem 180 jump katana wie er ganz entspannt geht, wir haben ja Zeit das sieht man wie eine neue station zero vorgebaut wird echt? ja 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 das ist ja riesig, wo kannst du die bauen bitte ich werde noch einen anderen ring ja dieses Ding, auf dem wir sind damit bauen sie die Ringe Ja. wir haben es level geschafft ja mit leidet will er gegen glaube ich explodieren lassen ja das hat er ihm heute zugesagt gut dann beenden wir den teil hier und wir sehen uns beim nächsten